Komplette Diskussion im Forum, ein Beitrag nahe das HRT sicher interessant an. Keine Frage, dass KNNTE in der Zukunft schon eine Alternative zu OLED werden. Aber auch OLED wird sich weiterentwickeln. So baut LG dieses Jahr eben schon einen 65 Zoll 8K rollbaren OLED und der besteht nicht aus Postkarten GRO-Elementen, sondern aus einer durch Gene-Geich gedruckten Folie. Wie in den letzten Jahren zu sehen, HNGT Samsung eher hinten dran und versucht mit Marketing-Micro-LED-Kacheln, das Produkt zu vermarkten.